Hätte ich die Angststörung nicht gehabt, würde ich jetzt nicht so dastehen mit so einem relativ ruhigen und festen Ja zu dem Weg, der jetzt eingeschlagen ist. Ob der Erfolg hat, wissen wir nicht, aber wir gehen den. Ich bin der Timo, ich bin 41, bin mit meiner Sonja verheiratet, wir haben vier Kinder und ich mache mich gerade selbstständig im Bereich Produktion und Dienstleistung für Musik, Tontechnik und Film. Angststörung heißt im Prinzip, in meinem Fall, dass es keine schwere Angststörung war, dass einfach Lebensumstände, vielleicht auch Gedankengebilde zu lang in eine bestimmte Richtung gehen, negative Aspekte kriegen, wo man dann übermäßig Sorgen, Ängste aufbaut und dann spinnt der Körper und schießt volle Pulle Panikprogramm und Testosteron und Adrenalin und was da alles ist. Und dann ist man zutiefst schon sichert mit sich selber, was läuft da, was ist da, wie soll ich den Tag überleben oder wie soll es morgen weitergehen. Und dann aus dieser Angst und Verzweiflung quasi zu sagen, so mache ich es nicht mehr, so geht es nicht mehr, aber als Familie. Und dann mit der ganzen Musikleidenschaft an dem Punkt zu sagen, dann gehen wir doch jetzt die Richtung. Alles was ich kann, also vom Talent her oder von der Begabung her und was ich vielleicht auch dann weiterentwickelt habe, in der Kombi glaube ich nicht, dass es irgendeinen Job gibt, der annähernd das bedient. Also ist es eigentlich fast die logische Schlussfolgerung, dass ich versuche, das selber anzubieten. Alle Zeit und allen Gehirnschmalz, den ich jetzt investiere, investiere ich in mich, meine Familie und unsere Zukunft. Und das fühlt sich anders an, wie acht Stunden am Tag für irgendjemanden schaffen und dann Geld kriegen. Ich könnte den ganzen Tag Musik machen. Ich habe das früher immer so in Interviews und so, liest man das von anderen und denkt, das sind so die Freaks, aber ich bin auch einer von denen. Und mit jedem, wo ich so spreche, wo entweder teilselbstständig ist oder vollselbstständig ist, das kennen wir alle. Es sind Momente, wo du denkst, was für eine scheiß Idee oder ich lasse es einfach. Also ich empfinde es als positiven Stress. Also ich habe ein bisschen mehr graue Haare hier am Bad gekriegt, aber ich habe neulich gesagt, das sind gute graue Haare. Weil es geht um andere Dinge, es geht um neue Richtung Einschlag.